Was war es, heute hier zu spielen? Ja, es war sicher speziell. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe meine Jugendkarriere, bis ich 14 war, verbracht. Und es war extrem speziell, hier für diese Nachzeit zu spielen. Und nachher so ein Spiel, klar gewonnen, Spass gehabt, mit Niko zusammengespielt. Von daher ist es gelungen abends für den Fall. Was kann man jetzt noch erwarten, im Hinblick auf die nächsten Testspiele und auf die WM? Ja, ich meine, wir müssen uns jedes Spiel zu steigern. Von daher war es sicher ein guter Abend heute. Aber wir haben ein paar Fehler gemacht, ein paar Böcke verlieren aus der blauen Linie. Von daher müssen wir diese kleinen Fehler ein wenig bereinigen. Und vorne, wenn wir weiterhin so viele Gäste schiessen, hinten sauber wie heute, dann kommt es gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.